Liebe ist ja gut und recht, sie darf aber nicht in eine Kontrollwahn verfallen. Das gilt auch für einen Staat. Teure und nicht effektive Videoüberwachungen schränken die Privatsphäre von uns allen ein. Wir Piraten kämpfen gegen solche Vorhaben. Auch im Aufbau und der Vernetzung von Datenbanken mit persönlichen Daten stehen wir sehr skeptisch gegenüber. Ich möchte dafür sorgen, dass wir als mündige Bürger angelügt werden und nicht als potenzielle Kriminelle. Darum die Piratenpartei wählen, Cedric Meury wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017